Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Oleroth weiß so, love die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine. Wie immer ist der Nico auch mit von der Partie. Servus. Servus Marvin. Genau, letzte Woche musste ja leider ausfallen. Dafür muss ich mich nochmal entschuldigen. Aber ich habe im eigenen Fußballspiel eine Schädelprellung erlitten. Und wir haben es echt versucht. Beziehungsweise ich habe es immer offen gehalten. Aber ich konnte leider nicht gesundheitlich. Deswegen hier nochmal ein kleines Sorry, dass letzte Woche keine Folge kam. Aber ich denke, wir haben auch diese Woche trotzdem genug zu sprechen. Und ich würde sagen, Nico, du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen was aufgeschrieben. Fang gerne mal an. Gut, also das Spiel von letzter Woche, wo wir ja übersprungen mussten gegen Bielefeld. Das können wir ja auch generell dann weglassen. Weil ich glaube, das Wichtigste ist jetzt das Derby gegen KSC. Glaube ich auch. Ich bin da bei Schuster, der sagt, das war schon mit so das beste Auswärtsspiel. Vielleicht nicht ganz so stark. Aber spielerisch war das schon bis zum Gegentor, war das schon echt ordentlich. Und wenn du dir mal so im Nachhinein anguckst, was wir für Chancen hatten und da 2-0 verlieren. Und wenn du auch mal auf den XG-Wert guckst, dass wir nach dem Spiel immer noch 0,6 mehr XG hatten als Karlsruhe. Und die haben zwei Tore geschossen. Das sagt ja alles zum Spiel. Also es war eigentlich ein ganz, ganz okayer Auftritt. Und am Ende liegt es halt, deswegen verstehe ich auch. Da müssen wir auch nochmal anschneiden bei Social Media, die Trainer rausrufen mal wieder. Ich sehe es einfach nicht. Also das ist für mich jetzt dieses Mal ein Ding von Qualität gewesen. Dass du halt in Opoku hatte, zwei, drei hundertprozentige, in Beuth, zwei, drei Mal in Nihus, wo er so quer in der Luft steht. Und dass du da kein Tor machst, da kann kein Trainer der Welt was für. Ich wollte gerade sagen, man steht ja nicht selbst auf dem Platz. Also ich habe mir das Spiel im Real Life nochmal angeguckt und auch die Zusammenfassung von Sport 1. Also bei Sport 1 fand ich das richtig krass, weil du hast nur lauter Chancen gesehen. Dann hast du das Tor von Karlsruhe gesehen und das nächste Tor von Karlsruhe. Und dann war das Spiel rum. Also gefühlt, außer die Tore hast du von Karlsruhe nichts gesehen, außer am Anfang. Was gesagt wurde, dass der Gordon verabschiedet wird. Sonst ging eigentlich nur aufs Karlsruher Tor. Was der Beuth den Kopfball nicht macht, wo eigentlich das Tor leer ist. Da kann kein Schuster was dafür. Das bei der 100%igen von Opoku, wo der Kapitän, helfen wir gerade, wie heißt der Karlsruher? Gondorf, glaube ich. Gondorf, wo der das klärt. Also wenn du da halt mit ein bisschen mehr Überzeugung bzw. mit ein bisschen mehr Spielglück, was wir, ich sag mal, die Hinrunde auf jeden Fall hatten, davon mehr hast, dann gewinnst du das Ding auch. Auf jeden Fall, ja. Ja, gut, beim zweiten Tor sieht das Zimmer nicht ganz so gut aus, muss man ja auch irgendwo sagen, ja. Aber da war die Messe, das war 95. Ja, ich würde sagen, wir haben ja auch die Messe gelesen eigentlich. Wenn du die Dinger, die 3, 4, 5, wirklich hundertprozentige Dinger vorher nicht machst, dann brauchst du dich dann nicht wundern, dass du das Spiel halt verlierst. Was du halt, wie du sagst, niemals verlieren darfst, weil du wirklich die bessere Mannschaft warst. Du warst spielerisch besser. Dann noch der Freistoß von Klement, wo der Gersberg gerade noch so die Fingerspitzen drankriegt. Also du hast da wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Hätten wir da die Wochen vorher die Auswärtsspiele auch so gespielt, hätten wir auch mindestens ein Tor gemacht, würde ich mal behaupten. Dass es halt am Ende vielleicht dann irgendwie an einem anderen Tor-Garanten, nenne ich es mal, fehlt als Terrence Boyd. Weil das hat man ja die öfteren Spiele schon gemerkt, wenn er nicht trifft, dass wir uns da auch gut und gerne mal ein bisschen schwerer tun mit anderen Torschützen. Das muss man natürlich einfach nur unsere Torschützen halt mal angucken. Nach Boyd, da kommt erstmal länger nichts mehr. Ich glaube, Marc Wunderlich ist auch noch weit vorne und da spielt er halt nicht mehr hier. Also es sagt halt viel aus, dass wenn unser, ich sag mal, Stoßstürmer vorne drin nicht trifft, dass wir relativ mühsam uns in der Chancenverwertung tun. Und wie gesagt, also da kann kein Trainer, er steht halt nun mal nicht selbst auf dem Platz. Ich glaube, wenn er könnte, dann würde er immer noch auf dem Platz stehen und Fußball spielen wollen. Aber da dann die Trainer raus, also meines Erachtens, entweder hat da jemand zu viel Luft bekommen am Wochenende mit dem Vatertag vorher. Aber es ist für mich unverständlich, gerade jetzt am Saisonende, jetzt kannst du ja alles auskennen lassen. Das ist halt so kurz vor Schluss, da kam auch wieder der Vergleich mit, ja, Antwerpen ist ja auch kurz davor geflogen. Aber da ging es halt um viel, viel mehr. Es geht seit wahrscheinlich einem halben Jahr, seit der Winterpause, haben die sich wahrscheinlich schon, Thomas Hengel und so, oben zusammengesessen. Da haben sie sich gesagt, ey, es müsste mit dem Teufel zugehen, im wahrsten Sinne, dass wir noch absteigen. Und wahrscheinlich planen die schon ganz grob seit wahrscheinlich der Winterpause. Und ja, deswegen, also ich habe auch nochmal, weil ich ja noch ein Video auch drüber gemacht habe, ob Schuster der richtig ist oder nicht, viel nochmal Podcast gehört von Thomas Hengel und Interviews gelesen. Und es war immer ganz klar kommuniziert, irgendwie der Klassenerhalt, es hat auch Dirk Schuster gesagt, dass er, als er die Gespräche mit Thomas Hengel hatte, bevor er dann Antwerpen ersetzt hat, hieß es Aufstieg. Und wenn wir den Aufstieg packen, irgendwie die Klasse halten. Und es ist halt einfach, es ist passiert. Und klar ist die Rückrunde schlecht, aber nichtsdestotrotz würden wir jetzt immer noch über dem Strich stehen. Und das wäre quasi immer noch im Ziel, immer noch im Sollplatz 15 aktuell. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wenn du sagst, ja, wenn wir schlecht starten und der Schuster nach fünf Spieltagen rausfliegen würde nächstes Jahr, dann schmeißen die wir jetzt raus. Das ist so, du weißt es nicht. Wir holen zum Schluss zehn neue Spieler und spielen irgendwie oben mit und dann redet keiner mehr drüber. Und du brauchst halt die Alternative, du brauchst halt einen Trainer, wo du auch sagst, okay, der macht es besser. Und ich finde, Dirk Schuster kann mir einiges vorwerfen, aber nicht, dass er nicht versucht, guten Fußball spielen zu lassen. Weil das sah echt gut aus gegen KSC. Gegen KSC. Und auch gegen Bielefeld. Ich habe dann auch mal verglichen, Bielefeld zum Beispiel, Hin- und Rückspiel. Im Hinspiel war Bielefeld knapp 60 Minuten unter Zahl. Und unsere, worauf ja viele Wert legen, gespielte Pässe, Passquote, war im Rückspiel besser. Und da waren wir ja dann elf gegen elf. Gegen den KSC, das Hinspiel, mir war es so klar unterlegen. Wir hatten eine 60er Passquote, jetzt hatten wir eine 80er, über 80 Prozent, 30 Prozent Ballbesitz im Hinspiel. Jetzt waren es 50 oder 60. Also das ist alles besser geworden. Einer hat auch geschrieben, ja, das Hinspiel in Fürth haben wir verdient gewonnen. Fürth hatte 24 Torschüsse. Also 24 Torschüsse. Also wenn die in der ersten Halbzeit mehr reinmachen, steht es da schon zur Halbzeit vier oder fünf. Da kommen auch in der FCK wahrscheinlich nicht mehr zurück. Ja, oder auch Düsseldorf. Da schießt du in der allerletzten Minute den Elfmeter rein. Und davor muss Düsseldorf eigentlich auch, also die ganzen Spiele in der Hinrunde, wenn du die jetzt in der Rückrunde hättest, mit dem Spielverlauf, würdest du die auch alle verlieren. Und ich finde auch trotzdem, klar ist es jetzt unbefriedigend, wenn du zum Schluss sagst, okay, wir haben jetzt in den letzten 13 Spielen nur einmal gewonnen. Aber ist es, was haben wir erwartet? Wir sind als Letzter nachgerückt. Wir haben das kleinste Budget. Wir haben noch, ich finde auch ein Dirk Schuster hat jetzt auch einfach mal die Chance, mal seinen Kader zu planen. Das erste Mal wirklich jetzt die ganzen Sommerzeit ohne Relegation oder sowas und mit Planungssicherheit. Aber wenn du dir mal anguckst, klar ist ein Kevin Krause jetzt ein Stammspieler, aber der ist noch von Michael Fronzek oder so noch übrig. Also der hat noch so viele Kaderleichen, noch so viele von den letzten drei, vier Trainern Spieler übrig. Du kannst nicht mal sagen, okay, das ist sein Kader, der hat jetzt vier, fünf Spieler gekauft und gebt dem Mann mal Zeit. Und wie schon gesagt, also du kannst oder du darfst wegen einer guten Hinrunde alles schönreden, aber den Trainer rausschmeißen wegen einer schlechten Rückrunde ist genauso dämlich. Absolut und ich glaube, da hatten wir es ja auch die Folge vorher schon. Du hast halt oder ich finde, du merkst halt einfach wirklich, dass es bei uns um gar nichts mehr geht. Da ist halt dieser 1, 2, 3, 4, 5 Prozent, die am Ende vielleicht noch mal jemand anderes, wo es vielleicht noch um andere Ziele geht, mehr bringt. Und da jetzt wirklich das alles auf den Trainer zu machen, weil der geht da manchmal immer noch ab wie ein HB-Mensche an der Seite. Das ist es ja. Die regt sich immer noch über Sachen auf. Also wenn jemand lustlos oder ich sage mal, wer hockt 90 Minuten da hin und guckt so ein bisschen das Spiel und winkt mal ein bisschen hin und vor. Ja, das waren so die Schwesterbäne-Zeiten, ja. Genau, dann würde ich vielleicht mal so sagen, okay, ist er noch der Richtige, ist er überhaupt noch interessiert an dem Verein und so weiter und so fort. Aber der will ja immer noch die Spiele gewinnen und da ist ja auch immer noch Feuer und Flamme dafür. Deswegen, wie gesagt, lass die Jungs da mal planen. Man sieht es ja jetzt auch an dem Schaub-Lum-Transfer, die sind da ja schon in Gesprächen, die sind da wahrscheinlich schon in den einen oder anderen Gesprächen. Und dass ein Dirk Schuster nur lang und weit Fußball spielen will, das bezweifle ich sehr stark. Sonst würde er nämlich nicht auf so Spieler wie einen Nikolaj Rapp setzen, der eher der spielerische Part ist. Philipp Lehmann, De Prevue, das sind alles gute Fußballer. Genau, das sind nämlich Fußballspieler, wenn ich jetzt, soll jetzt gar nicht böse klingen oder so, aber ein Nihus und ein Rapp nebeneinander stellen, beispielsweise auf die Sechs oder auch ein Kraus und ein Rapp in der IV mal vergleichen, da ist für mich Rapp jedes Mal der bessere Fußballer. Dass die anderen vielleicht den Tick mehr kämpfen oder den Tick mehr Robustheit mit auf den Platz bringen, das ist wieder was anderes. Aber Fußballspielen oder in der Spieleröffnung ist Nikolaj Rapp gerade mit seiner Erfahrung in der Bundesliga und so weiter wahrscheinlich den beiden nochmal einen Schritt voraus. Wobei sich Nihus auch sehr, sehr stark entwickelt hat, wenn man mal bedenkt, dass er in der dritten Liga stellenweise Ergänzungsspiele, wenn sogar nur Reservist war. Und das kann man Dirk Schuster absolut nicht anschreiben. Und dass man halt sich, das machen viele, durch tiefer stehende Gegner einfach schwerer tut, als gegen Offensivspieler, ist ja ganz normal. Das ist ja, du musst halt immer gucken, was für Möglichkeiten hast du. Dass du da jetzt einen Nicolas de Preville geholt hast, der vorher einen Marktwert von 1, irgendwas Millionen hatte. Ja, schön und gut. Der Kollege hat aber ein halbes Sand gespielt. Der Marktwert ist direkt gedroppt, als er beim FCK unterschrieben hat. Du hast, wie du schon gesagt hast, den kleinsten Etat der Liga und zwar mit Abstand. Und da musst du erstmal gucken, was du aus deinen Möglichkeiten machst. Du hast jetzt perfekte Planungssicherheit, wie du gesagt hast. Die werden nicht die Füße hochlegen und sagen, gut, seit einem halben Jahr haben wir es eh geschafft. Baut mal eure Überstunden ab. Sondern die werden sich hundertprozentig schon mit viel Gedanken um die nächste Saison kümmern. Egal, ob es Sektorentrennung sei, ob es der Kader sei und so weiter und so fort. Ich glaube sogar Stadionrückkauf war irgendwie auch schon mal in der Debatte und sowas. Beziehungsweise da irgendwie die Miete und so weiter, die Pacht. Also die beschäftigen sich schon mit Themen. Die machen ja nicht irgendwie den faulen Larry und gucken da Sonntag so ein bisschen dem Spiel zu. Und alles andere läuft so ein bisschen nebenher. Die arbeiten ja auch weiter. Die wollen den Verein ja auch interessanter gestalten und weiter voranbringen. Das sieht man ja auch an den Mitgliederaktionen. Es braucht aber Zeit, ne? Genau. Und du machst in so einem Verein nicht von 0 auf 100. Du musst dir einfach mal angucken. Laudern hat 90 oder 100.000 Einwohner, die Stadt. Das Stadion hat 45.000 Sitzplätze. Das heißt, theoretisch würde da ungefähr halb Kaiserslaudern reinpassen. Wo ist das so? Düsseldorf ist eine Millionenmetropole. Hamburg ist eine Riesenstadt. Und so weiter und so fort. Du hast da Städte dabei, die dann ein ganz anderes Fundament außenrum hatten. Sprich, bei Lauda musst du viel mehr um die Regionen herum akquirieren. Und deswegen da dann jetzt alles von 0 auf 100 wieder zu wollen. Und haben wir ja schon mal gesagt, also ich verstehe es nicht. Klar, wir kommen krass aus schlechten Zeiten. Logisch. Wir haben jetzt mal zwei Saisons, wo wir sagen können, hey, die waren echt top im Vergleich zu den letzten zehn Saisons. Und dann nach so einer Saison dann den Trainern fragst du dich. Und dann fragst du mich echt, sind wir jetzt Schalke wieder gleich? Oder was ist denn los? Vor allem, was zeigt denn die Vergangenheit? Hat irgendwann mal, außer jetzt an Ferben, hat es irgendwann mal was gebracht, dass wir drei Trainer in der Saison hatten oder was weiß ich. Ja, das ist wirklich... Und wie du sagst, der gibt Gas an der Linie. Ich finde, der ist authentisch. Der probiert aus. Wieder vier Änderungen der Startelf. Also der probiert auch aus. Und auch das Thema von Clemens, das habe ich auch nochmal angesprochen. Hörst du da irgendwas noch irgendwie? Am Anfang gegen Nürnberg hieß es, ja, er jubelt Richtung Bank und Richtung Schuster. Und danach gibt er kein Interview. Jetzt hat er zweimal irgendwie in der Startelf mit Nürnberg, jetzt ist er zweimal in der Startelf 90 Minuten durchgespielt und hat gegen KS10 ein Interview gegeben. Jetzt ist wieder heile Welt oder was? Also das sind Luxusprobleme, habe ich das Gefühl. Hauptsache, wir würden irgendwas aufregen. Ja, das ist halt das, was wir auch schon mal gesagt haben. Es gibt nur hot oder top. Entweder ist alles perfekt oder alles scheiße. Und das merkst du halt an der Clemens-Thematik. Brutal. Genauso wie Dick Schuster letztes Jahr. Gut, ja, auch da war immer so ein bisschen Marco Antwerpen, der Schatten über ihm so ein bisschen. Aber letztes Jahr... Ich glaube es auch, ich bleibe. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es leider auch. Aber letztes Jahr geil, wir sind mit dem Aufstiegen und so weiter und so fort. Und da hat er ja auch immer gesagt, hey, ne, ich habe nur die letzten drei Spiele oder zwei Spiele so gesehen. Der Rest war Ante und Döppi, ja, ja. Genau, also da hat er schon auch immer... Er war immer relativ bodenständig, er war sympathisch und er war auch immer ehrlich. Also er hat nicht gesagt, ja, wir haben zwar verloren, aber wir waren klar die bessere Mannschaft, sondern er hat gesagt, ja, Passspiel unterirdisch, muss sich klar verbessern, Chancenauswertung und so weiter und so fort. Er hat auch immer die Dinge angesprochen. Das war kein Schönreder, wie mir fällt jetzt keiner direkt ein, aber es gibt genug, die dann immer was sagen. Ja, Mund abhutzen, nächstes Spiel werden wir so spielen, gegen den, den Gegner gewinnen wir das. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich das nach jedem Spiel sage, sondern ich muss auch mal sagen, hey, wenn das so und so, läuft es nicht. So, klar, ich habe ihn jetzt noch nicht persönlich getroffen oder mit ihm Wort gewechselt. Da kannst du wahrscheinlich eher aus dem Nähkästchen plaudern, wie er sich auch so... ...den Medienvertretern gegenüber ein GIF gibt. Aber für mich macht der Typ einen guten Eindruck und für mich passt er auch irgendwo zum FCK. Natürlich waren Antwerpen in gewissen Dingen nochmal FCK als ein Dirk Schuster, aber ich finde, Dirk Schuster ist halt so klar, aber immer noch relativ, wie sage ich das am besten, so direkt halt. Weißt du, was ich meine? Also er kann klar kommunizieren, aber er kann auch mal sagen, hey Männer, Passspiel ist Kacke, müssen wir verbessern. Ja, und er ist halt, wie du sagst, er spricht es klar an, er kann, dann gewinnst du gegen Bielefeld, das ist das 3-2 im Hinspiel, und dann sagt er auch, eigentlich musst du es verlieren, weil du es eigentlich schon verdient hättest, weil du mit einem Mann mehr dann einfach scheiße spielst. Und dann nach einem, jetzt gegen KSC sagt er halt auch, dass wir eigentlich mehr verdient hätten, aber am Ende interessiert es keinen, ob du es mehr verdient hast oder ob du besser warst vom Spielverlauf her, weil du halt dann trotzdem 2-0 verlierst. Also ich finde das alles sehr realistisch, was er sagt, das macht Sinn. Natürlich, ich verstehe zum Beispiel, wir haben sehr viel geflankt gegen KSC, und dann nimmst du halt Lobinger und Beuth raus, und dann hast du halt keinen großen Stürmer mehr. Aber mein Gott, ey, auch diese Thematik mit, er hat seine Lieblinge in Zolinski, dann hat er das probiert, er hat ihn irgendwie 3-mal nach 45 Minuten ausgewechselt, dann hat er 2-mal auf der Bank ohne Einsatz gesessen, und da spricht auch keiner mehr drüber. Also, da werden Sachen gesucht, um irgendwas gegen Trainer zu schießen, aber auf der anderen Seite, solange es halt nur gegen Trainer geht, den interessiert das wahrscheinlich eh nicht. Das ist so ein alter Hase, der ist ja schon so lange dabei, der denkt sich auch, wenn wir gegen KSC verlieren und die Trainer rausrufen, dann ist es wahrscheinlich noch das Beste, was im Verein passieren kann. Solange es jetzt noch irgendwie, aber vor allem, weil halt Thomas Hengen ja zu Recht auch so ein bisschen halt unangefochten ist, aber der schmeißt ihn jetzt auch nicht raus. Das ist also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt noch rauskriegt bei 0, gerade wenn es, heute ist noch ein Transfergerücht mit Lionel Lauberbach aufgekommen, wenn die jetzt jetzt schon planen, also entweder ist halt Thomas Hengen auch verbohrt, verbohrt und der will zusehen, wie wir absteigen, oder der ist dann doch so nah, also ich war letzte Woche beim öffentlichen Training und der Typ stand mit Ennis Heiri, das ganze Training über am Platz und hat telefoniert und hat sich nebenbei angeguckt. Also der wird wissen, wie es in der Mannschaft aussieht, ob es zwischen Mannschaft und Trainer passt. Der wird das beurteilen können, weil da hat es auch bei Antwerpen schon richtig beurteilt. Und deswegen, du siehst es ja auch, du machst kein gutes, fußballerisch gutes Spiel gegen KSC, wenn irgendwas mit dem Trainer, wenn da irgendwas nicht stimmt zwischen Trainer und Mannschaft. Also es wird deutlich, ja. Ja, und wie krass, weiß ich noch, war damals der Shitstorm, als er da Antwerpen rausgebrochen hat. Wie kann er das machen? Wir haben noch die Chance auf die Relegation, der macht den Verein kaputt, hängen und da war so ein Gefühl, hängen raus, ne. Ja. Und dann schaffen wir das und dann überall Don hängen, hängen, go und so weiter. Ja, hat's gewusst. Ja, von Anfang an vertraut und so weiter und so fort. Das sind halt immer, also, das kann man, glaube ich, hundertmal sagen, es gibt wirklich nur Hot oder Top. Das ist geisteskrank. Und das, klar, das kenne ich beispielsweise von Schalke gibt es das noch ganz oft. Oder auch beispielsweise bei der Bayern kriege ich das ganz oft mit Bayern-Fans bei mir im Verein. Aber, also bei uns ist das halt absolut unbegründet, weil man sich einfach wirklich nochmal klar werden muss, was wir denn die letzten Jahre oder wo wir die letzten Jahre standen, beziehungsweise was fast passiert wäre. Wir wären fast insolvent gegangen und dann hättest du Kaiserslautern um Trainingsplatz 2 in der C-Liga angucken können und hättest dann mal gucken können, wie du das wieder schaffst. Und ich glaube, da wäre die Hälfte nicht mehr da gewesen. Da wären es dann, was weiß ich, Waldhof-Fans und Hoffenheim-Fans und Mainz-Fans und was so in der Umgebung da rumkreucht und fleucht und sich noch Fußballverein nennt. Aber wie viele waren da denn im Stadion so? Und das ist gleich wie jetzt. Also klar, mit Erfolg kommen die Zuschauer, das ist ja ganz normal. Aber was ich halt nicht verstehe, warum man nach so einer eigentlich erfolgreichen Saison, natürlich muss man schauen. Ich sage gar nicht, dass man alles schön rücken muss, hast du ja auch gesagt. Ja, ist auch so. Man muss schauen, was läuft falsch, wo muss man seinen Kader verbessern. Dass du den verbessern musst, ist klar. Du hast nun mal den, Anführungszeichen, geringsten Marktwert und damit auch wahrscheinlich den kleinsten Etat. Sprich, wo müssen wir uns verbessern? Es gibt ja auch schon diverse Sachen, die genannt wurden oder die immer wieder von den FCK-Portalen und so weiter auch aufgegriffen werden, wo ich auch einer Meinung bin meistens eigentlich. Du hast wirklich so eine sorgenfreie Saison. Wenn ich mir da angucke, Dynamo Dresden in der dritten Liga, was da letztes Wochenende abging gegen Meppen und so weiter und so fort. Also da bin ich froh, dass wir so sind. Da bin ich froh, dass da mal lieber ein Trainer raus und so weiter und so fort gerufen wird. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, also Markus Anfang hat auch ein Interview gegeben nach dem Spiel, da scheinbar Pyrotechnik in den Gästeblock geworfen wurde, also in den Block von Meppen praktisch von den Dresden-Fans und hat gesagt, ja, das ist Fußball und so weiter und so fort und dann wurde er auch die ganze Zeit beleidigt und das muss er auch hinnehmen und so weiter und so fort. Da bin ich froh, dass es bei uns nur um so Sachen wie Trainer raus und warum spielt Klement nicht, ist das Verhältnis zurückgeworfen. Da bin ich darüber froh, aber trotzdem muss man natürlich nach so einer Saison, also ich kann mich da nur wiederholen, wir werden wahrscheinlich einen einstelligen Tabellenplatz bekommen. Ja, geht nur noch. Also wir können nur neunter, neunter ist das schlechteste, weil Kiel gegen Hannover spielt. Ja, es geht nur neunter, also es ist so surreal. Wir sind neunter nach einer Saison, wo wir gerade so die Relegation noch geschafft haben und dann halt durch die Relegation aufgestiegen sind und eine Saison vorher wären wir fast in die vierte Liga abgestiegen. So, sprich, in drei Jahren bist du von, den Verein gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, du packst noch die Relegation. Plus, überall weiß eigentlich jetzt jeder wieder, wer Kaiserslautern ist und du bist eigentlich keine Lachnummer mehr im Fußball, weil das war ja immer so, Klautern war ja immer so ein Synonym für einen gefallenen Riesen. Noch mehr als Schalke und wie sie nicht alle heißen, ne? Ja, war ja immer mit dann, du hast von Fans von, keine Ahnung, Bayern-Fans oder sonst wem, hast du dann gesagt bekommen, ja, ihr gehört ja in die Bundesliga, ist schade, was mit euch passiert ist. Das ist so demütigend, wenn du halt denkst, cool, danke für die Glückwünsche, aber wir sind trotzdem 15 in der dritten Liga. Also, die Zeit ist jetzt endlich mal vorbei. Jetzt kommt, und vor allem, wenn du dir mal anguckst, Sandhausen steigt, ist endlich abgestiegen. Also, der Angstgegner ist weg, Regensburg ist weg, da kommt jetzt Elversberg hoch, Osnabrück, also jetzt keine riesen Schwergewichte. Ja gut, Elversberg ist sicher, aber dann hinten dran, glaube ich, Osnabrück und Saarbrücken. Da kann auch viel passieren, ne, ja. Und von oben, also ich glaube nicht, dass Schalke das gegen Leipzig irgendwie wuppen kann, dann kommt zum Schluss die Herder-Runde, Schalke-Runde und vielleicht Stuttgart-HSV in der Relegation. Das heißt, da kamen so geile Vereine runter, wo du nun mal geile Spiele hast. Und zum Thema auch Struktur, weil in dem WDR-Podcast, den ich auch jetzt erst sehr spät gehört habe, wusste ich gar nicht, dass Thomas Heng da einen Podcast im WDR gemacht hat. Da hat er gesagt, da hat er über seine Zeit als Scout bei Everton geredet, und da hat er gesagt, dass die bei Everton 18 Scouts hatten. Weißt du, wie viel der FCK hat? Zwei. Einfach schlimm. Zwei, ah ja, stimmt. Ottmar, äh, nicht Ottmar Hesfeld, Olaf Marschall und in einen... Ich glaube, der hat Lukas Sigginger, heißt das, glaube ich. Sigginger, ja, genau, Sigginger, genau, ja. Oh, das wirst du überlieben. Die haben zwei Scouts, zwei. Im Ticketing oder so sitzt irgendwie nur eine oder zwei Stück. Also wir sind so hintendran, weil es immer noch Leute gibt, da habe ich auch dazu gezählt, nur vor einem Jahr, wo ich dachte, ja, strukturell sind wir jetzt, wenn wir aufsteigen, also so viel können wir nicht verloren haben, ja. Also anscheinend sind wir echt ganz, ganz am Boden, weil du musst halt, damals musstest du halt auch sparen, ne, komplett. Ja, ja, vor allem Corona. Du warst in Corona 15. der dritten Bundesliga. Insolventen, alles. Wenn du auf jeden Einnahme kommst, du kannst ja nicht mal Tickets verkaufen, dann bist du eh nicht attraktiv wirklich, sprich, wahrscheinlich Merchandise war jetzt auch nicht der Burner in der Zeit, Sponsoren und so weiter, mit welcher Grundlage willst du denn sagen, hey, mach mal ein paar Flocken mehr locker in Corona-Zeiten, ist ja logisch. Also, woher soll denn die Struktur sein und dass da halt manche Abläufe an einem Spieltag noch nicht hundertprozentig passen oder du mal länger warten musst, ist ja normal. Klar, ich habe mich auch geärgert, wo wir, glaube ich, gegen Fürth war das, gerade zum Anstoß, die Spieler sind gerade rausgelaufen, da sind wir auf den Platz gekommen, wir waren eine Stunde vorher oben. So, so musst du dir das vorstellen. Dass das natürlich nicht alles immer passt und so weiter, ist ja logisch, aber du darfst halt nicht von heute auf morgen, genau wie jeder Arbeitgeber, deine Firma existiert nicht von heute auf morgen, von null auf hundert Mitarbeiter, so, das ist ein stetiger Prozess, weil wenn du zu schnell wächst, kannst du auch deine Prozesse nicht richtig strukturieren, sprich, du wirst nicht kosten- und zeitsparend arbeiten, sondern, naja, wir haben es ja immer so gemacht, machen wir es weiter so und so, wenn du jetzt strukturiert, immer weiter, das kann man wieder nur zurückführen auf das Thema, was wir vorhin hatten, du kannst jetzt perfekt alles planen. Also, wie viel auf Instagram sehe ich Stellenanzeigen, also gefühlt in keinem Unternehmen der Welt werden aktuell so viele Stellen gesucht wie beim FCK und da kann man natürlich auch nur nochmal an da draußen plädieren, wenn ihr euch mit dem Verein irgendwie identifizieren könnt oder Bock habt, dem Verein da irgendwas zurückzugeben. Bewerbt euch, da könnt ihr was mit anpacken und wahrscheinlich auch mal mit anstellen so und das ist nochmal besser, als wenn ihr nur auf Twitter oder Instagram oder Facebook rumnörgelt, sondern könnt ihr wirklich was bewirken, weil ich glaube, kein Hängen oder NS High-Release sich in Instagram oder Twitter-Kommentar durch, dass doch bitte Dirk Schuster entlassen werden soll. Jetzt, wo der Sean Plum gewechselt ist, erst als das Gerücht kam, hieß es ja, was willst du mit dem, da hat in der Region nichts getroffen, ja, es wurde klar kommuniziert, okay, der kommt für die U21, dann war schon mal ganz ruhig, okay, 20 Jahre kannst du machen und jetzt kam mir das mit dem Leon Lauberbach mit dem Stürmer von Braunschweig so ein bisschen auf die Matte, dass der vielleicht kommt, ja, der hat ja nur vier Tore geschossen, was willst du mit dem? Dann habe ich mir auch gedacht, ey, der hat 33 Spiele gemacht, der hat letztes Jahr, ich glaube, 17 Scorer gehabt, war maßgeblich auf dem Aufstieg beteiligt, entweder sind alle blind, weil anscheinend ist auch noch Darmstadt dran und Magdeburg, entweder sind alle blind oder der kann vielleicht doch was und ja, ja, vier Tore, wow, was willst du mit dem? Ja, aber in 30 Tore stürmen, so ein Philipp Tietz, der kommt halt nicht zu uns, also ich weiß, jetzt fängt vielleicht auch wieder dieses, klar, weil du jetzt Spiele gegen HSV hast, du bist jetzt Achter oder Neunter zum Schluss, dann kommen halt auch viele Leute, die die letzten Jahre dann vielleicht ein, zwei Spiele geguckt haben und sich gedacht haben, ey, das sind eh die Lutsche, die gucke ich nicht mehr und die kommen jetzt aus ihrer Ecke und FCK so toll und dann hast du halt auch noch die Generation, glaube ich, wo halt auch dann, ja, jetzt dann nächstes Jahr musst du, noch besser werden und noch ein besserer Tabellenplatz, wo ich würde denken, nee, wie du gesagt hast, hat auch Thomas Heng gesagt, du musst wachsen und zwar nicht zu schnell, nicht zu langsam, aber das dauert halt, ich weiß nicht, was, wo im Leben irgendwas so von heute auf morgen geht, also es dauert halt einfach und es hat nichts mit Schönreden oder mit, keine Ahnung was, wie du gesagt hast, die Rückrunde war schlicht und das weiß jeder und das, aber da brauchst du nicht einen Trainer in Frage stellen oder auch dann dieses Schwarzmalen, dann steigen, wenn wir so spielen wie jetzt, dann steigen wir nächstes Jahr sicher ab, das ist jetzt schon Stein gemeißelt, wo ich würde denken, nee, ist das nett, lass doch, warte doch ab und was ich auch nicht verstehe oder, ja, dann gehst du halt mit, gut, du gehst mit einem schlechten Gefühl aus der Saison, okay, das ist so, aber da will einer dabei sein nächstes Jahr, wenn wir dann das Eröffnungsspiel gegen Schalke haben, zu Hause, ist dann noch einer dabei, der sagt, oh, wenn wir jetzt noch mal verlieren, dann sind es 14 Spiele ohne einen Sieg oder sind wir alle einfach Feuer und Flammen und haben Bock, weil wir 5, 6 neue Spiele haben, also es ist doch, es ist alles bei 0 nächstes Jahr, keine, der irgendwie noch ganz bei Sinn ist, ist nächstes Jahr, ah, weiß ich nicht, wie wir starten, alle haben Bock, alle geben Gas und dann können wir das erste Fazit nach 10, 15 Spielen irgendwie sehen und einen Trainer wegen der Rückrunde rauszuschmeißen, der hat ein Saisonziel bekommen, also ein Ziel für 34 Spieltage und das hat er mehr als erreicht, hat es überfüllt und deswegen verstehe ich es halt nicht, wenn, der kommt hierher, der kriegt gesagt, Aufstieg wäre optimal und dann irgendwie die Klasse halten, 40 Punkte und wenn du das packst und dann trotzdem rausgeworfen wirst, außer es ist irgendwas gravierendes zwischen Trainer und Team, was weiß ich, aber dann bist du doch auch als Verantwortlicher ein bisschen eine Lachnummer, weil du denkst, okay, ich ich erreiche die Ziele, so ein bisschen wie Jula Nagelsmann, ich spiele ein paar Wettbewerben und dann wirst du rausgeworfen und der freut sich jetzt, der ist wahrscheinlich ein riesen Dortmund-Fan jetzt am Wochenende. Wahrscheinlich, ja, also wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen, weil du wirklich, es ist ja nicht so, dass wir jetzt noch am Sonntag gucken müssen, dass wir irgendwie einen Punkt holen, dass wir über dem Strich stehen, sondern wie du gesagt hast, wir sind sicher Neunter, sprich, wir sind der oberen Tabellenhälfte, also du kriegst mehr Geld, als wenn du 15er wirst, was ja logisch ist, du kriegst auch nochmal eine andere Bewertung, dadurch, je höher natürlich du stehst, dass, wie du gesagt hast, die Rückrunde war nicht berauschend, er hat aber ein Saison-Team bekommen und der Kollege hat jetzt das erste Mal eine komplette Vorbereitung, plus er kann sich im Vorhinein jetzt schon mit Hängen und Co. zusammensetzen und sagen, hey, wie gehen wir es an, wie wollen wir die Formation spielen, wie loben wir das aus. Hängen kann sich schon wahrscheinlich seit acht Monaten Gedanken machen, wo, ja, auf der Geschäftsstelle packe ich am besten an, dass es nächstes Jahr noch reibungsloser ist, hole ich vielleicht noch einen Scout. Wann hatten wir das die letzten Jahre, dass wir sagen, okay, wir wissen, wo wir, in welcher Liga wir spielen und wir wissen, welches Budget wir haben und wo wir uns tabellarisch ungefähr dann am Ende befinden, das hatten wir die letzten Jahre nie, vor allem letzte Saison nicht, da wusstest du morgen jetzt... Die Saison davor auch nicht, die Saison davor hast du gegen Abstieg gekämpft, also... Und letztes Jahr, morgen ist dann, ist es ein Jahr her mit der Relegation und das heißt, du wusstest bis dann zum Schlusspfiff gegen Dresden, wusstest du nicht, okay, kriege ich irgendwie die 300.000 Kröten vom DFB oder kriege ich nochmal sechs Millionen von der DFL. Und das weißt du jetzt alles schon und wahrscheinlich, wie schon gesagt, seit dem Winter weißt du, okay, da muss wirklich viel schief gehen und du hast auch so viel Werbung für den ganzen Verein gemacht mit Spielen wie gegen Heidenheim, dann mit einem Andreas Lute, das bleibt ja auch anderen Vereinen oder Spielen, bleibt das ja nicht verborgen. Und das ist alles, es ist so viel gute, so viel Werbung passiert, wir haben eine gute Saison gespielt, wir haben Ruhe, zumindest im Verein, kein Trainerwechsel, mal keinen irgendwie in der Führungsebene und der irgendwie zurückdreht, du holst am Mann Nicolas Depreville, jemanden, wo du sagst, okay, der hat international schon, hat er schon gezeigt, dass der was kann. Und das sind alles Sachen, wo ich bedenke, ey, das ist alles so gut gerade und lass die einfach machen. In Hängen weiß, was er tut oder hat es bewiesen, dass er weiß, was er tut. Und wenn er in Hängen, äh, in Dirk Schuster behält und sagt, wir geben mit dem die neue Saison, wir lassen oder wir planen zusammen, dann wird es auch schon passen. Und wenn es nicht passt, dann geht die Welt auch nicht unter. Ich habe geguckt, mit Antwerpen letztes Jahr standen wir nach acht Spieltagen bis zum Waldhofspiel auf 15. Platz. Und selbst wenn wir mit Dirk Schuster nach zehn Spieltagen oder von mir aus auch in der Winterpause 16. sind, ist es auch noch kein Weltuntergang. Und dann wird halt, auf der einen Seite wird dann gesagt, ja, du musst dann jetzt einen besseren Tabellenplatz als die Saison irgendwie anpeilen. Auf der anderen Seite wird dann gesagt, die zweite Saison ist immer die schwerste. Wenn wir mal über drei, vier Jahre konstant zwei Liga spielen, das wäre doch schon mal ein Gewinn. Gerade nach den letzten Jahren dritte Liga. Vor allem wäre es auch fürs Kondo mal ein Gewinn. Wollte ich gerade sagen, wir sind jetzt seit letztem Jahr, sind wir schuldenfrei endlich mal. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwo jetzt nochmal Geld beiseite legen konnten. Das ist wahrscheinlich immer noch eine Nullrechnung. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Stadion sich rechnet, mit der Miete, mit dem Unterhalt, das zu betreiben. Wahrscheinlich kommst du da irgendwie bei plus minus null raus, wenn der jetzt 40.000 so der Schnitt ist. Und wir werden nicht auf Rosen gebettet sein. Das ist wahrscheinlich immer noch sehr, sehr auf Spitz auf Knopf und auch mit Investoren im Hintergrund. Aber das dauert halt alles. Und nichts überstürzen jetzt, also, aber es geht halt vielen, glaube ich, nicht zu schnell. Ja, das ist es halt. Viele denken halt auch immer noch so ein bisschen, ja, der große FCK. Aber das Thema ist halt einfach, das musst du halt auch bei den Transfers immer noch bedenken. Klar, wir sind jetzt neunter der zweiten Liga. Aber wenn da ein Schalke, ein Berlin, ein Hamburg, wie es auch immer heißen, anklopft oder auch ein Darmstadt jetzt, die aufsteigen. Da sind wir ganz, ganz klein. Da sind wir klein. Da haben wir nichts mit zu sprechen. Erstens in der Gehaltsfrage sind wir wahrscheinlich am untersten Ende in der Nahrungskette. Da können wir wahrscheinlich mit am wenigsten bieten. Sportlich gesehen, ja, wir werden uns wahrscheinlich nächstes Jahr genauso wieder einpendeln wie da ungefähr. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir da gerade bei den Kalibern, die runterkommen werden, da irgendwie einen großen Durchmarsch anstreben werden. Sprich, wir werden uns wahrscheinlich zwischen, wie du sagst, 16 und 6 wahrscheinlich oder sowas, irgendwo da werden wir uns dann befinden, wenn es sehr gut läuft oder sehr schlecht, je nachdem. Also ich denke, wir werden auch so wieder zwischen 9 und 12 oder sowas landen, ist meine Prediction. Natürlich kann man es nicht so genau sagen, weil man auch nicht weiß, wer kommt, wer geht. Geht jeder unterschreiben. Genau, absolut. Also gerade deshalb. Aber du musst halt einfach realistisch bleiben und bedenken, wo wir halt immer noch stehen. Wir sind nicht der Riese der 2. Liga. Klar, von den Fans und vom Namen her ja, aber alles, was wichtig ist im Fußball, sprich Geld, sprich Infrastruktur, sprich auch einfach die spielerische Klasse noch. Da sind wir eben nicht im ersten Drittel, da sind wir halt nun immer eher noch so die Arbeiter, die Kämpfer und nicht die schönen Wetterfußballer. Dass wir einen Aaron Opoku verpflichtet haben, ist meiner Meinung nach schon ein großer Coop, weil wenn ich mir den Kollegen angucke, der könnte auch locker bei Darmstadt oder sowas spielen mit seiner Spielklasse, mit seinem Spielwitz, den er mitbringt. Dass er vielleicht mal einen Ausraster dabei hat und so weiter und so fort. Da muss ich mir noch Marlon Ritter oder Boris Tomiak angucken, die jedes Mal gefühlt mich zum Schwitzen bringen, wenn die auf einen Gegner zurennen, weil man nicht weiß, gibt es gleich Rudelbildung oder nicht. Aber wirklich, wie gesagt, ruft euch das bei den ganzen Transfergerüchten und sowas ins Gedächtnis einfach, dass wir halt ein Aufsteiger sind. Wir haben jetzt die Klasse gehalten, aber wir sind immer noch nicht vergleichbar mit Hamburg, Schalke, Berlin, Darmstadt, wer ist da oben noch, Heidenheim jetzt und so weiter und so fort. Egal ob in Stuttgart ein Bochum oder sowas noch runterkommt, die haben einfach ein ganz anderes Standing und auch wahrscheinlich, egal ob es Bochum ist oder sonst wer, trotzdem ganz andere finanzielle Möglichkeiten wie unser FCK. Und wahrscheinlich können wir trotzdem jetzt froh sein, dass wir das jetzt schon gehalten haben, weil ich denke mal auch Sponsoren und so weiteres sind dann nächstes Jahr nochmal ein bisschen besser zu akquirieren. Ja, 100 Pro, ja. Gib doch mal nochmal den 2,50 Euro mehr am Wochenende, vielleicht können wir dann nochmal eine Loge, wurde jetzt ja glaube ich die Walter-Elf-Loge oder so, wurde letztens Spieltag auch nochmal aufgemacht. Und so, das kriegst du halt nur, wenn du, wenn sich das rechnet, wenn du dafür Leute hast und so weiter und so fort. Sprich, wir müssen einfach gucken oder helfen am besten, dass wir den Verein in einem ruhigen Fahrwasser halten, wir als Fans. Lass die Leute da oben arbeiten, wie sagt man so schön im Englischen, let him cook mit Thomas hängen. Und wir sollten einfach nur schauen, dass wir die Jungs bzw. den ganzen Verein einfach Wochenende für Wochenende oder auch im DFB-Pokal nächstes Jahr tatkräftig unterstützen, weil wir sehen, was möglich ist bei einem Spiel gegen Hamburg, wir sehen, was möglich ist bei einem Spiel gegen Heidenheim und so weiter und so fort. Natürlich ist es nicht Maßstab für jedes Spiel, natürlich sind solche Spiele auch besonderer, als wenn jetzt Jan Regensburg oder ein SV Sandhausen oder sowas kommt. Das ist ja völlig normal. Aber wir müssen einfach wirklich schauen, dass wir diesen Verein Stück für Stück, Jahr für Jahr konstant steigern. Natürlich muss man dann auch ab dem dritten oder vierten Jahr irgendwann sagen, okay, man sollte sich nicht mehr nach unten, sondern nach oben konzentrieren. Aber wie du sagst, drei, vier Jahre. Und das kannst du ja auch nicht planen. Also wie oft hat es denn funktioniert, dass wir gesagt haben in den vierenträten Liga, wir planen jetzt beim Aufstieg, wir müssen wieder aufsteigen. Nach vor, auch in der zweiten Liga, bevor wir abgestiegen sind. Ja, es hat nie funktioniert. Es hat nie funktioniert. Und stell dir mir vor, wir werden jetzt aufgestiegen. Ah, nochmal zum Thema mit, was du gesagt hast, der Einlass dauert ewig, zwei Scouts oder so. Die Bayern, die lachen sich kaputt. Klar ist es nochmal. Sagst du, okay, du kannst es nicht lauten, mit Bayern vergleichen. Aber wenn du jetzt aufgestiegen wärst oder auch in den nächsten zwei, drei Jahren aufsteigen willst, dann spielst du halt gegen Dortmund, Bayern und so. Und die haben, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich mehr Scouts als wir Mitarbeiter. Und das dauert einfach. Also, ich verstehe es halt nicht. Also, ich bleibe dabei, es geht vielleicht einigen nicht schnell genug. Und auch, was du gesagt hast, wir leben oder viele denken halt, wir sind der große FCK mit hier Fritz-Walter-Klubben und alles. Das ist ja schön und gut, aber davon kannst du dir halt nichts kaufen aktuell. Die Fans, ja. Die Fans sind der große FCK, der große Fritz-Walter-Klub. Aber das, was halt, wie gesagt, zählt, um Spieler zu überzeugen, wahrscheinlich, natürlich, sind die Fans auch irgendwo dem einen oder anderen relativ wichtig. Klar, wer spielt nicht gern vor 40.000 anstatt vor 6 oder sowas. Aber die ganz, wie gesagt, Scouts und so weiter und so fort auf der Geschäftsstelle hängen, hat ja bis vor kurzem, bis Ennis Heiri gekommen ist, alles selbst gemacht. Alles alleine gemacht, alles, ja. Hat jetzt mit Ennis Heiri das erste Mal jemanden, der ihn da unterstützt, auch mit der Kaderplanung und so weiter und so fort. Man hat jetzt dieses Jahr das erste Jahr, wo du wirklich sicher planen kannst. Sprich, lass doch einfach erstmal schauen, was sie denn daraus machen. Wenn es immer noch, wie du gesagt hast, nach 10, 15 Spieltagen, Platz 16, 17, 18 oder sowas, da steht. Dann kann man immer noch sagen, vielleicht wäre mal eine Änderung nicht ganz so sinnfrei. Aber jetzt, bis nach einer Saison, also es macht keinen Sinn und es bringt einfach wirklich nur absolut unnötige Unruhe rein, da irgendeinen Rausschmiss zu fordern. Dass da jetzt Analysen wahrscheinlich jetzt schon im Hintergrund laufen, ist logisch, weil du brauchst die Analysen, um eben den Kader auch anpassen zu können. Aber es wird auch kein klar denkender Mensch jetzt einen Trainer rausschmeißen. Ich habe nämlich letztens auf Twitter, das war noch vor meiner Schädelprellung, gelesen, dass irgendwie heute vor acht Jahren oder so, oder zehn Jahren oder sowas war, die Bundesliga-Aufstiegssaison mit Marco Kurz war das, glaube ich, noch, wo wir Achter wurden. Sprich, eigentlich ist es eine Entlastungssaison, hat derjenige dann dazu geschrieben. Das stimmt, ja. Es hat da jeder, damals war es nämlich das andere Extrem, damals hat jeder gesagt, boah, nächste Saison, wir kommen in die internationalen Plätze, wir spielen endlich wieder in Europa und so weiter und so fort. Und was war das Ende vom Lied? 18. Klanglos abgestiegen. Ja, dann hast du angefangen mit Itay Schächte, irgendwie mal davor noch, ja, wir holen von den Ersatzbänken von den Erstligisten in Lagic, in Licevic, irgendwelche aussortierte. Und dann denkst du, okay, siebter Platz als Aufsteiger, schon geil. Wir geben jetzt mal drei Millionen aus für irgendwie zwei Spieler. Ja, und dann fehlt das Geld, dann passt es nicht und dann verlängerst du, das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass Marco Kurz quasi zwei, drei Monate, bevor er rausgeschmissen wurde, noch verlängert hat. Und auch zum Thema Schuster raus und wir brauchen einen neuen, wer war denn zum Beispiel bei Marco Kurz dann der Nachfolger? Fucking Krasimir Balakow. Also, dass nach einem Dirk Schuster, wenn du jetzt nach zehn Spieltagen sagst, okay, das passt nicht, dann brauchst du halt auch erstmal jemanden, der passt und dann holst du zum Schluss keine Ahnung. In Jens Keller, der zwar Ahnung hat, aber der halt schon so vom Auftreten her eine Schlaftablette ist, den würden sie nach der ersten Pressekonferenz auseinanderrocken. Das stimmt. Ja, nee, es ist, wie du sagst, ist halt immer die Frage, wen holst du überhaupt, wenn du jemanden entlässt? Und dann muss halt Gesundheit und Gesundheit und dann muss eben, also wenn du sagst, ein Schuster passt jetzt nicht wegen den Ergebnissen und wegen der Art mit Schusterball und hoch und weit, dann brauchst du jemanden, der es auf jeden Fall besser macht und der, sagen wir mal, auf Ballbesitz viel Wert legt. Dann hast du immer noch keine Garantie, dass es funktioniert und wenn du das jetzt machen würdest, dann kommt ein Trainer mit anderen Vorstellungen und alle Planungen, alles so an Spieler, wo du denkst, okay, das passt vielleicht jetzt rein als Ersatz oder wir brauchen da und da, da kommt ein neuer Trainer und alles ist neu und dann sagt er, ich brauch gar keinen Stürmer, das passt mit Lobinger und Beuth, ich brauch irgendwie noch einen Rechtsverteidiger, was weiß ich, einen neuen, weil der Schatz immer mir zu schlecht ist, was weiß ich. Und dann würdest du alles, die ganze Zeit, die du dir jetzt erarbeitet hast, auch nach den letzten Jahren, wo du sagst, wir haben endlich mal Zeit und Planungssicherheit, das würdest du, würde ich jetzt sagen, alles über den Haufen werfen. Oder, was ich glaube, ich wirklich, da glaube ich gar nicht dran, aber zum Schluss sitzen wir dann nächste Woche, Samstag da und Thomas Hengel hat bekannt gegeben, dass Dick Schuster nicht mehr Trainer wird, nicht mehr Trainer ist das neue Jahr. Ich meine, ausschließen kannst du das auch nicht, ja, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas da wissen, aber ich bleibe auch dabei, auch wenn beim FCK gar nichts durchkommt, jetzt so von intern oder so irgendwelche News und was weiß ich nach außen, aber du hast bei einem Antwerpen auch gesehen, dass dann die Bild oder dann irgendwie, was weiß ich, die Rheinische Post, keine Ahnung, wer da berichtet hat, wenn irgendwas dran wäre und wenn Schuster wackeln würde, dann würde es irgendwo, irgendwo würde es schon stehen und irgendeiner hätte es rausbekommen. Also, aber du hast nichts davon gehört, du hörst nichts von Schuster, dass der irgendwie in Erklärungsnot gerät und dass du dem ansiehst, okay, der weiß, es wird eng, du hörst nichts von Hengen. Also, ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr sicher im Sattel. Also, ich denke es auch relativ klar, wir würden wahrscheinlich dumm erstmal aus der Wege gucken, wenn wir nächste Woche sitzen und da gab es die Pressemitteilung. Aber, also rein aus menschlichem Verstand her würde ich sagen, macht absolut keinen Sinn, weil du dir dann einfach jetzt noch so kurz oder ich sag mal zum Ende der Saison noch eine neue Baustelle aufreißt, die absolut unnötig ist. Letztes Jahr habe ich noch einigermaßen nachvollziehen können, der Ausstieg war in Gefahr und damit auch irgendwo ein bisschen was Finanzielles, was für den Verein damals noch relativ wichtig war oder immer noch ist, klar, Geld ist immer wichtig. Aber dieses Jahr ist ja, hast du ja keine Not für nix. Also, du hast wirklich überhaupt keinen Handlungsbedarf, außer dass du vielleicht guckst, dass du den Kader verbesserst und daraufhin auch eine Spielweise irgendwie anpassen kannst beziehungsweise auch variabler wirst und so weiter und so fort. Aber es macht aus meinem Gesichtspunkt her keinen Sinn, den Trainer jetzt zu entlassen, vor allem einfach auch nicht weiter irgendwie, wie soll ich sagen, nicht schlecht ist, aber einfach so durchblicken lässt, auch selbst, dass er erstens nicht mehr will oder es ihn nicht mehr interessiert oder sonst irgendwas. Ja, das ist gar nicht. Der hält sich ja eh da eher ein bisschen bedeckt, aber du kriegst nichts mit und das finde ich auch das Gute. Und ich denke mal auch, wir werden wahrscheinlich mit der Null über den Verein was rausbekommen jetzt noch, aber ich denke nicht, dass man jetzt noch nach dem letzten Spiel oder so da noch irgendwas entlassen wird. Also gehe ich nicht davon aus, aber wie gesagt, wir werden ganz dumm gucken, wenn es passieren sollte. Wie du sagst, es geht halt um nichts und das ist, auf der einen Seite schreien alle Kontinuität, aber sobald du dann mal, keine Ahnung, fünf, sechs Spiele nicht gewinnst oder in der Hinrunde hatten wir auch unsere neun, zehn Spiele mit nur einem Sieg. Also es ist ähnlich. Jetzt in der Rückrunde noch ein bisschen härter, aber in der Hinrunde war es auch so ähnlich. Da hast du halt die drei Siege in Folge und der vierten Tabellenplatz und da war alles schön und gut. Also ich weiß halt, ich sehe halt das Problem eher nicht beim Trainer, der deswegen ja auch immer mit dem Schusterballen hoch und weit, da hat auch einer schön geschrieben, Schuster war immer bei Vereinen, sei es Augsburg, die bis vielleicht auf einmal unter Markus Weinzierl, wo die in Europa gespielt haben, schön Fußball gespielt haben. Bei Aue war, ich glaube, der ist gekommen, als sie in die zweite Liga irgendwie nochmal aufgestiegen sind. Der kleinste Etat, ein Team, wo halt nicht mehr drin ist, Darmstadt damals, kurz vor der vierten Liga übernommen. Was willst du mit so Vereinen spielen? Das ist es ja, der kommt nicht zum HSV, wo du sagst, da musst du schön Fußball spielen mit Ballbesitz. Der war immer bei Underdogs und jetzt im FCK auch. Du kannst uns dann in einem Atemzug mit Darmstadt nennen damals, als sie aus der dritten aufgestiegen sind, weil es ist genau die selbe Situation. Bloß sind wir halt der größere Klub von außen. Aber es ist genau dieselbe Situation und es hat wieder geklappt. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht dann nach nächster Saison sagt, okay, danke Dirk, aber da hat er bis 2,24 Vertragen, dass du sagst, okay, der Vertrag läuft aus und dann suchen wir einen neuen. Das kann ich mir vorstellen. Aber für die Zeit, wo du sagst, die ersten zwei Jahre, die ja am schwersten sind, das irgendwie zu überleben und das zu schaffen und eine Grundlage zu schaffen, dann ist er, dafür ist er der perfekte Mann und so viel ich, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, hat Thorsten Lieberknecht auch nochmal, die dann aufgestiegen sind, nochmal Dirk Schuster und Sascha Franz gedankt. Wenn es wirklich so ist, wie ich gelesen habe, dann siehst du ja auch den Stellenwert, wenn es wirklich so war. Ja gut, also in Darmstadt hat ein Dirk Schuster Kultstatus, aber was der Mann da erreicht hat, ist ja normal. Das ist ja nicht anders wie bei uns Otto Rehagel. Das ist ja ähnlich vergleichbar, sage ich mal. Aber er hat nicht das Gleiche. Gut, er hat die Kunden, das ist so. Er hat das aus Darmstadt gemacht, was sie heute sind. Genau, ja. Also ich glaube, ohne den, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, wird Darmstadt wahrscheinlich immer noch Regionalliga oder sowas spielen. Ja, in der 3. 4. Liga. War mir vorher nicht bekannt und Darmstadt, also klar, Darmstadt war mir bekannt, das sind 25, 30 Kilometer von mir. Aber ich sage mal, der Verein SV Darmstadt 98 war mir jetzt kein Begriff. Also da kannte ich eher Eversor Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Mainz und so weiter so. Eher in die Richtung. Aber Darmstadt kannte ich nicht, bis Dirk Schuster eben dieses Märchen geschafft hat, von 4 in 1 so gefühlt. Aber das ist halt, du warst immer der Underdog in Darmstadt. Ja, immer. Weil in das Stadion passen oder haben nur irgendwie 15.000, 20.000 Leute reingepasst. Das war immer nur ein kleiner Verein. Der hatte früher, ja, vielleicht mal Bundesliga- oder Zweitbundesliga-Zeiten. Aber er hatte halt keinen Stellenwert wie der FCK. Als FCK, wenn du aufsteigst, bist du halt in den Köpfen nicht automatisch der Aufsteiger, sondern du bist der FCK. Ja, im Schwergewicht. 98 Meister, äh, aufgestiegen Meister geworden. Du wurdest schon Firmameister. Du hast Pokalsieger eingefahren. Du hast schon Barcelona und Real Madrid nach dem Motto geschlagen. Du bist international auch bekannt. Das ist ja bei Darmstadt gar nicht so. Darmstadt, die Stadt kennt jemand, aber wenn du wahrscheinlich in England auf die Straße gehst und fragst, wer der SV Darmstadt 98 ist, dann fragen die, who? Und what is this? What is this? Fragen die dich dann. Ja, das ist so. Das kennt halt keiner. Und so muss man sich das halt in Laudern immer wieder vor Augen tragen oder vor Augen halten, dass du halt in Anführungszeichen ein Schwergewicht bist, aber ein Schwergewicht, was die letzten Jahre 40 Kilo Übergewicht hatte. Oh ja. Nicht mehr Boxenweltmeister wurde, sondern er mit den Chipsut in der Ecke war und den anderen zugeguckt hat, wie sie es eingesprungen haben. Hat geklatscht, aber gesagt, boah, das konnte ich auch noch vor Fertzig schon. So war das in Laudern. Jetzt speck ich mal langsam wieder ab und komm wieder in diesen Tritt. Dass wir jetzt nicht gleich Weltmeisterschaften und sowas ein Boxengewinnen, ist ja ganz normal. Das ist, wie du sagst, du speckst nicht von heute auf morgen 40 Kilo ab, sondern das ist Monate, Jahre stellenweise Dings. Und dann hast du halt auch mal noch diese, wie sagt man so schön, diese Bauchlappen oder so, wenn du abnimmst nach viel Übergewicht, die hat der FCK auch noch dabei. Und die muss da gucken, dass du jetzt langsam über Schönheitschirurgen, Hängen, Schuster, Kader, Verein, Struktur und so weiter, diese Bauchlappen wegkriegst. Haben wir jetzt mal ein gutes Beispiel für die Leute da draußen gefunden. Und so ist es. Und wie gesagt, also es macht für mich absolut keinen Sinn. Und ich gerne bin ich nächste Woche der absolute Dummkopf, der hier dann sitzt und sagt, ja, da stehe ich immer noch nicht. Schuster ist jetzt aber raus. Wir müssen uns einfach überraschen lassen. Und ich freue mich drauf, dass wir, wie schon gesagt, ich glaube, Schalke steigt ab, Hertha, Schalke, dann HSV, Stuttgart, Bochum, irgendwas Geiles kommt runter. Da haben wir wieder geile, noch mehr geile Spiele. Wir fahren mit 30.000 Mann nach Berlin, was weiß ich. Ich habe es halt zu meinem Vater gesagt, da fahren wir nächstes Jahr hin. Ja, das einfach genießen, ist vielleicht das falsche Wort, weil das klingt so ein bisschen wie Elversberg, wo du sagst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die die Klasse halten, ist gering, wir genießen es. Aber trotzdem, dass du einfach mal wieder nach so vielen Jahren gegen Ferdel und Havelse einfach mal sagst, hey, wir haben eine Platzierung. Viktoria Berlin. Und da hast du noch 4-0 verloren. in Berlin. Das ist einfach mal wieder, dass du denkst, okay, wir sind auf dem Weg, wieder jemand zu werden. Und zum Schluss spielst du gegen Schalke, das ist der Öffnungsspiel und du gewinnst. Und ganz Fußballdeutschland denkst du dich, oh geil, der FCK ist doch noch am Leben. Oder wir gingen HSV daheim. Das sind alles so kleine Sachen, wo du denkst, es wird langsam wieder. Und langsam kommt halt wieder dieses oder FCK, geiles Stadion, 50.000 und was wir jetzt auch mit Amerika und sowas, dass du anfängst, auch mal wirklich die Marke FCK aufzubauen. Wichtig, wichtig. Ja, wir kommen so im 21. Jahrhundert an. Das, was die Bayern, die Dortmunder, was wir schon seit Jahren machen mit Katar und wo die nach China fliegen, irgendwelche Autogrammstunden machen. Ja, Asien. Dass wir das, dass wir das los sind, dass wir sagen, ey, wir können wieder stolz sein, wir sind wieder wer, sowohl sportlich als auch dann halt mit der Tradition. Aber das muss, das dauert halt. Und das dauert ein, zwei, drei, vier Jahre erstmal, bis du Basic legst, bis du sagst, das hat Thomas Heng auch gesagt, wir sind Aufsteiger und kein Zweitligist. Das hat er, ich glaube, vor der Saison gesagt, weil halt einfach immer noch alles fehlt. Und das, es dauert halt einfach, es dauert um den Verein, es dauert im Verein selbst, es dauert beim Sportlichen, aber, ja gut, Zeit ist ja immer so, so relativ, ne? Das kann halt nicht schnell genug gehen. Das, das stimmt. Ja, der Mensch ist kein geduldiges Tier, sagt man immer so gerne. Und gerade nach der Hinrunde und nach dem, was halt möglich war und dann gegen Heidenheim machst du in einer Minute noch zwei Tore. Klar, kann die Mannschaft, ja. Und wieder geträumt wurde in der Hinrunde, ach Gott, ach Gott, der Aufstieg ist noch machbar und wie lange da auch noch gerechnet wurde. Ey, das hat vor drei, vier Spieltagen hat es einer geschrieben, jetzt hat Schuster endgültig einen Aufstieg versimmelt. Da habe ich gesagt, ich schaffe es nicht. Also, entweder war das nicht ernst gemeint, aber wenn das wirklich ernst gemeint war, dann die Leute müsste eingliefern. Das ist wirklich... Also, sorry. Also, wirklich... Also, wir kriegen jetzt jetzt schon einen Haufen Bundesliga runter, das ist schon mal ein Anfang. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, und man kann sich jetzt, wie gesagt, nur noch auf Sonntag freuen. Soll geiles Wetter sein, glaube ich. 25 Grad, habe ich meines Erachtens gelesen. Das Stadion wird wahrscheinlich wieder ausverkauft sein. Ich habe richtig Bock, endlich mal wieder im Stadion zu sein. Und ich glaube... Einfach gewinnen, irgendwie, dass der Scheißrufen Hennings kein Tor schießt, das habe ich nämlich auch gelesen. Einfach irgendwie 2-1 oder von mir aus ein geiles 4-3 oder so. Einfach gewinnen, dass du sagst, okay, gehst mit einem Sieg aus der Saison und fertig. Und dann einfach freuen, die Jungs fliegen, ich glaube am 20. Juni in die USA. Da werden so viele Videos kommen und... Ja, Mann. Ja, dass wir in die USA fliegen und vermarkten. Und das sind alles so geile Sachen, wo ich mich jetzt schon drauf freue. Und dann werden bestimmt schon... Auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal irgendwie behaupten, weil das mit Sean Blum auch relativ fix ging. Wir haben bestimmt schon... Und Sandhausen zum Beispiel, was ich auch krass fand, die haben irgendwie der Geschäftsführer hat vor einer Woche oder so in einem Interview gesagt, ja, wenn wir die Spieler, die uns zugesagt haben, bekommen, dann spielen wir nächstes Jahr in der Dritten Liga eine gute Rolle. Und da habe ich mir gedacht, für die ging es lange noch um den Klassenerhalt und die haben quasi jetzt schon mit Spielern irgendwie so Zusagen und mündliche Zusagen, dass sie zu denen kommen. Und dann... Ich würde mal arsch drauf verwetten, dass wir bestimmt auch schon einige haben, wo du sagst, okay, der hat Bock und das ist finanziell realisierbar. Wir gucken, wo wir stehen, aufs Budget passt und ich kann mir vorstellen, dass relativ schnell auch schon die ersten Transfers kommen. Ich denke es auch von allein. Ja, sag du. Von allein erstens fangen ja die ganzen Bundesligisten sowas auch schon damit an, die Transfers für nächste Saison bekannt zu geben. Und du musst halt nur mal gucken, wie viele interessante Spiele es gibt, wo erstens die Verträge auslaufen oder durch Ab- oder Aufstiege gar keinen Vertrag mehr zustande kommt, also die weder eine Abstiegsklausel noch eine Aufstiegsklausel oder sowas haben. Sprich, du kannst da auch wahrscheinlich sogar ablösefrei oder du hast auch wahrscheinlich den ein oder anderen Euro, den du jetzt investieren kannst in Transfers, wo du auch Ablösen vielleicht zahlen kannst bis zu einem gewissen Grad und einfach sagen kannst, hey, damit kannst du jetzt echt was Geiles aufbauen. Und ich denke, gerade mit der ganzen Situation mit USA-Vermarktung und so weiter und so fort, was wir jetzt gerade haben, ich glaube, viele Spieler haben da echt Bock drauf, wenn man sich da anguckt. Oder auch wie die Spiele in Aaron Poku über die Westkurve oder sowas redet. Also wenn, die Fußballer sind ja untereinander verletzt. Die meisten kennen sich ja aus. Ja, ja. NLZs von 1900 und so weiter und so fort. Und die schreiben ja auch untereinander vorher und wie ist es da und so und jenes. Und wenn dann so jemand über den Verein spricht, also das ist ja nochmal ein ganz anderes Standing dann und gut, Laudan ist ja eh, ich sag mal, relativ berüchtigt für seine Fans. Wir sind, glaube ich, auch in den europäischen Top-Ligen irgendwie Platz 9 oder so. Ja, vom Zuschauerstand 41.000. Ja, 41.000 irgendwie sowas. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Wir sind aufsteigend in die zweite Liga und da sind Schwergewichte wie Bayern und so weiter und sowas drin. Oder in den Top in Deutschland oder sowas. Irgendwie sowas war auf jeden Fall, wo man sagt, hey, also das kriegt weder in Darmstadt hin, das kriegt noch weder in Heidenheim noch sonst irgendjemand hin, wo du einfach mal gucken musst, wo wir einfach stehen aktuell und wo wir die Massen trotzdem anziehen, obwohl wir ja so schlecht im Fußball spielen. Ja, ich hoffe, dass es halt auch nächstes Jahr bleibt. Ich glaube auch. Ich glaube auch gerade zum Anfang hin. Wir fühlen katastrophal, aber ich glaube, selbst dann, ey, jetzt kommen die Leute ja auch noch und du hast ewig nicht mehr gewonnen. Schon allein bei geilem Wetter. Also gerade jetzt am Saisonanfang ist es halt noch relativ geil, weil das Wetter dann noch relativ gut ist. Du musst halt gucken, dass das in den Wintermonaten nicht so schlaufen lässt, wie sage ich mal, jetzt am Ende, weil klar im Winter, wenn du sechs Spiele verloren hast oder so oder sechs Spiele umgeschlagen hast. Draußen liegt der Schnee bei minus fünf Grad. Der eine oder andere überlegt sich dann, ob man da auf den Berg hochwatselt und da im kalten Stadion hockt. Aber ansonsten denke ich, das wird eine geile Saison nächstes Jahr. Ich habe richtig Bock auf die Sommertransferphase. Ich wäre sehr, sehr gerne mit dem USA geflogen, aber leider habe ich da dann wieder Uniphase. Sprich, da kann ich leider keine Glocke nehmen. Aber das wäre wild, ey. Aber da hätte ich so Bock gehabt. Schon allein die Videos, die man da hätte machen können und wie man da auch heute Kontakte knüpfen können. Aber ich glaube auch nicht, dass es die letzte USA-Reise ist. Vielleicht wird es wirklich so etwas regelmäßiges. Ich könnte es mir vorstellen, gerade wenn du dich jetzt wirklich etablierst und so weiter und so fort. Und der FCK, da habe ich auch vor, noch mal ein Video drüber zu machen. Das bietet sich halt beim FCK einfach an, die Nähe zur Airbase. Du hast eh generell relativ viel Englisch beziehungsweise sogar amerikanische Menschen in Kaiserslautern und auch in der Umgebung umher mit Mannheim und so weiter und so fort. Du hast mit Terrence Boyd jetzt sogar einen US-amerikanischen oder ehemaligen US-amerikanischen Nationalspieler. Du hast eigentlich alles, was dafür passt und es gibt nun mal eben durch diese ganze Armeezeit hin und her viele Leute, die noch was mit dem FCK anfangen können in der USA und da kannst du halt eigentlich wirklich was Geiles draus machen und dass du halt jetzt noch gegen eher kleinere amerikanische Vereine spielst, ist ja logisch, weil du noch nicht so wie Repräsentativität in Amerika hast. Ja, aber stell dir mal vor, ich spiele irgendwann gegen L.A., in L.A. oder so. Ja, wie geil wäre das und ich sage jetzt mal, klar, die MLS wächst sportlich auch immer mehr, die wird auch immer interessanter, nicht nur für Altprofis, wie es ja sonst die letzten Jahre war und wenn du da dann vielleicht irgendwann oben zwischen 1 und 6 in der 2. Liga oder vielleicht auch dann in der 1. Liga irgendwann spielst, dann hast du da absolut ein geiles Standing und spielst dann wahrscheinlich auch gegen MLS-Klubs oder auch aus der anderen amerikanischen Profiliga, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, aber da kannst du echt was Geiles machen und vielleicht hast du dann auch irgendwann mal durch eben Terrence Boyd oder so, auf dem wie lange halt noch bei uns bleibt oder auch generell noch Fußball spielt, vielleicht auch mal andere Anpassungen, man hat jetzt glaube ich mit einem American Football Team in Kaiserslautern oder sowas auch letztens mal ein Reel oder sowas auf Instagram glaube ich hochgeladen, also du merkst schon, dass da was passiert und dass da auch wirklich sich gehalten hat und es macht wie gesagt aus marketingtechnischen Gründen absolut Sinn, da jetzt auch mal außerhalb von Deutschland was zu machen und gerade mit der ganzen Situation ist Amerika einfach wie geschaffen dafür und da habe ich richtig Bock und vor allem würde ich jetzt mal so von außen sagen, die Amerikaner stehen halt auf viel und groß und wenn du dann mit über 50.000 ins Stadion gehst, da bist du halt auch als Ami oder so denkst du dir, okay, ist schon geil, als wenn du halt auf Platz 4 vor 300 Leuten spielst oder in Sandhausen vor 20.000 und dann noch mit der Riesenchoreo, deswegen also du kannst deine Zielgruppe abholen, die vor Ort ist und die das halt auch anspricht, da haben die auch noch ihren Football halt, American Football Extreme und Baseball, was weiß ich, aber gut, ey, wie du sagst, die MLS wird immer professioneller, immer größer, dann kannst du auch in Laudan anfangen, die Amis auf die Fußballseite zu holen. Auf jeden Fall und du kannst, wenn du so weit vielleicht gehst, vielleicht auch irgendwann einen Kooperationsverein akquirieren, man nehme jetzt nicht das Negativbeispiel RB beispielsweise, aber sowas ist halt immer auch cool, gerade so amerikanisch, dann hast du wieder mehr Potenzial, weil du eventuell den einen oder anderen, ich glaube, wir haben sogar einen Deutsch-Amerikaner in der Jugendmannschaft, der relativ talentiert sogar ist, ich kenne jetzt den Namen gerade nicht. Es gibt ja auch gute, ich meine, so ein Tyler Adams, der hat bei Leipzig in Alphonso Davies ist Kanadier, das ist ja auch quasi Pulisic, also wenn du da irgendwie Fuß fassen kannst und ein gutes Standing hast, dann kannst du da schon mal einen anderen abgreifen. Und der Fußball wird dort immer populärer, also das ist schon gut, also klar, was du auch gesagt hast, die Amerikaner sind halt Event-Fans, sage ich jetzt einfach mal, bei denen ist das wirklich, beim Football mit diesen Power-Partys vorne dran und das ist ja wirklich ein Riesen-Event, man muss ja nur mal den Superbowl und sowas angucken und trotzdem, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, letztes Jahr das Munich-Game, das Deutschland-Spiel von der NFL, auf jeden Fall viele amerikanische Spieler haben dann auch gesagt, es war eine geisteskranke Stimmung, weil bei denen ist es halt nur, die sind dann halt relativ laut, aber bei denen gibt es jetzt keine Fangesänge oder keine, keine so Unterstützung, wie wir es im Fußball kennen und wenn du dann halt vor 50.000 mit so einer Choreo und so weiter und so fort spielst, ist es halt nochmal was ganz anderes, wie du gesagt hast, das feiern die halt auch einfach, diese Stimmung, weil bei denen ist es so, wenn die einen Touchdown machen, ja, da wird gejubelt, aber da wird eher laut, da ist man eher laut, wenn die gegnerische Offense praktisch auf dem Platz ist, dass die sich halt untereinander nicht so gut kommunizieren und verstehen können, sprich, das ist eher so, ja, um es denen schwerer zu machen und nicht dauerhaft wirklich um den eigenen, um das eigene Team so zu unterstützen, man muss ja nur mal nach England oder sowas gucken, da ist ja die Stimmung auch nicht so krass wie in Deutschland, auch nur in Italien ist es bei ausgewählten Spielen, gut, die Türkei, klammern wir jetzt mal aus, die sind eh besonders, die brennt eh immer das Stadion, genau, aber in Deutschland, gerade auch in Laudan, du hast so eine krasse Stimmung da eigentlich jedes Mal und wir können da echt auf hohem Niveau meckern, wenn da mal ein bisschen schlechtere Stimmung ist, sind wir wahrscheinlich trotzdem noch, schon allein in der ersten Liga wahrscheinlich im ersten Drittel von der Stimmung, auch wenn es mal schlechter ist und wenn du sowas dann mit Amerika verbinden kannst, da vielleicht ein Kooperationsverein hast, du vielleicht auch irgendwann ein amerikanisches Büro aufmachst, ich meine Bayern hat in Amerika, ich glaube sogar auch in Shanghai und so weiter und so fort, Dortmund hat verschiedene Büros weltweit, da kannst du echt was machen und wenn du dann in der Off-Season oder so darüber fliegst, deine Testspiele da machst, erstens ist es Marketing für dich, zweitens testest du auch mal gegen andere als immer nur gegen was weiß ich, Heidenheim, Rostock und sonst wer, und als Spieler ist es auch geil, und absolut, also bei mir das jemand als Spieler hier sagen würde, ey Männer, wir fliegen in der Vorbereitung nach Amerika, sage ich, wow und wann muss ich unterschreiben, ich bin dabei. Wie du sagst, du hast zum Schluss einen Fanshop drüben, jetzt im krassesten Fall, einen Fanshop und du fliegst da einmal im Jahr im Trainingslager rüber und dann sagst du halt, okay, du kannst, sagen wir mal, zu Elversberg gehen, die machen ihr Trainingslager irgendwo in Rheinland-Pfalz, irgendwo, oder du kommst zu uns und sitzt im Flieger nach Miami oder sonst wo und dann denkst du halt auch, okay, und dann spielst du auch noch von 50.000 und dann überlegst du es jetzt rein mal und wie du sagst, also die Spieler sind untereinander vernetzt, ich würde mal einen Arsch drauf verwetten, dass wenn jetzt ein, ja, wie du sagst, ein Opoku, wie du sagst, die kennen sich untereinander und dann denkt er sich, okay, lauter ein Angebot und ich frage mal irgendjemand, weil bei Insta oder so würde es sich lohnen und dann sagt er auch, ja komm her, Truppe ist geil, Trainer passt, Ruhe im Verein, Stadion 40.000, komm her und das sind alles so Sachen, das spricht alles gerade für uns extrem und auch in Depriville hat er gesagt, wieso er ins Ausland oder halt auch hierher gewechselt ist, hat er gesagt, die Nähe hat gepasst, weil er ja aus, dass seine Frau irgendwie in Metz wohnt, die Nähe passt, eine Stunde, eineinhalb Stunden weg von Metz und hat auch gesagt, diese, die 40.000, 50.000 Fans, das hast du in Frankreich teilweise nicht mehr in der ersten Liga, nur so bei Ausnahmespielen von Marseille, Lyon oder PSG, in der zweiten Liga kannst du es vergessen und du merkst halt auch, dass so das Stadion und so, dass es doch noch eine Auswirkung, eine große hat mit Fanbase und sowas, dass es dann zum Schluss dann der Knackpunkt ist, wo du sagst, als Spieler, okay, da gehe ich doch lieber zum FCK als, keine Ahnung, ich wechsle nach Andorra und verdiene mir dann Goldenes Nelson irgendwo. Ja, das stimmt. Das müssen wir beibehalten. Das kann jetzt netz sein, dass wir dann schlicht starten und dann nur 30.000 oder so, dass wir dann schon wieder anfangen, in altem Muster zu verfallen. Da müssen wir halt Gas geben. Nee, du musstest wirklich jetzt kontinuierlich, was wir jetzt gesagt haben, kontinuierlich aufbauen, kontinuierlich deine Netzwerke erweitern und halt alles einfach verbessern, dass du halt wirklich irgendwann sagen kannst, gut, okay, und jetzt können wir mal gucken, dass wir vielleicht mal wieder den einen oder anderen Riesentransfer tätigen, in Anführungszeichen, auch mal Kaliber vielleicht holen, aber das halt auch alles bedacht und nicht nur, weil es Name ist, sondern du musstest wirklich jetzt langsam, kontinuierlich und einfach mit Geduld, ich bin auch nicht der geduldigste Mensch, gebe ich gerne das zu, aber da musst du halt einfach gucken, dass du wirklich die Leute machen lässt und einfach guckst, dass wir das jetzt über die nächsten Jahre einfach aufbauen. Und vielleicht, wer kann ich nur empfehlen, ich glaube, die Sportschau hat eine Doku über die Hertha jetzt hochgeladen über die letzten vier Jahre. Echt? Ja, da fällt dir wirklich, da kann es nicht mehr, das ist ein Queens-Mann, wo der sich schon hinsetzt und sagt, ja, Big City-Club und wir wollen in die Champions League und wir gucken jetzt auch nach Champions League-Spielern, dann sagt er aber im selben Atemzug, er ist vielleicht nur ein, zwei Mal oder so in Berlin, der Rest ist er noch in Kalifornien, dann der Windhorst, ja, Think Big und 400 Millionen, hier, bitteschön, Pal Dardai, nee, ist uns zu schlecht, wir müssen, und dieses Ganze, dieses Größenwahnsinn, schon immer mehr, immer mehr und ein komplett falsches Selbstbild, wo du denkst, die Hertha, okay, die war immer so ein bisschen Mittelfeld, untere Tabellenhälfte von der Bundesliga und zack, kommt Geld und dann Jürgen Klinsmann und du willst angreifen und es wird nach außen posten und es fällt dir so auf die Füße und die sind so zurecht abgestiegen endlich mal, die sind verschuldet, die sind jetzt Zweitligist und alles, was die vor vier Jahren vorhatten, ist nach hinten losgegangen und das müsste eigentlich auch so als, für jeden anderen Fußballverein müsste es ein Warnschuss sein, wo du denkst, lieber stapel ich zu tief und lieber ist es nächstes Jahr auch ein Saisonziel, alles über Platz 15 ist top, weil, ey, dann kannst du, dann wirst du nicht enttäuscht, wenn wir dann Sechster, Fünfter werden, da war es eine saugeile Saison und wir wurden übertroffen, aber wenn du sagst, okay, wir werden dieses Jahr Achter, wir müssen dann Achter oder noch besser werden nächstes Jahr und dann wirst du Zehnter und dann ist wieder die Enttäuschung da, also ganz realistische Ziele, umsetzbare Ziele und lieber ein bisschen kein Understatement, dass du sagst, oh Gott, die nächsten zehn Jahre wollen wir bloß nicht irgendwie absteigen, das ist halt auch Quatsch, aber Realismus und dann lieber ein bisschen tiefer stapeln als zu hoch fliegen und irgendwelche Luftschlösser bauen, weil, guck dir die Härte an, es fällt dir irgendwann auf die Füße. Wahnsinn, also wie man 400 Millionen in den Sand setzen kann, innerhalb von vier Jahren, das ist wirklich eine Kunst. Also wie man so oft falsche Transfers tätigen kann und auch so willkürlich stellenweise, also es war ja nicht nur so, dass du sagst, ja, hätte oder hätte nicht, sondern du hast ja wirklich stellenweise schon vor der Saison sagen können, warum holen die den? Nur weil der 1940 mal Champions League gespielt hat. Ja, so ein Lukas Tussar oder so, denkst du ja, okay, der war jetzt einfach nur teuer. Auch der Askakiba oder Askakiba, ja, Askakiba, ja, von Stuttgart oder so wurde der geholt, der war bei Stuttgart in Ordnung, ja, aber den dann zu holen und zu sagen, hey, der baut mit unsere Mittelfeldachse auf, um Champions League zu spielen. Ja, und ein Trainer später sitzt er auf der Bank. Na jo, beziehungsweise ist verliehen und jetzt sogar wieder verkauft worden für Bruchteilen, Appel und Eisenach zum Motto. Das ist ja wirklich Wahnsinn und das war halt lauter und früher auch so, nur dass wir keine 400 Millionen bekommen haben, sondern wir haben uns einfach immer weiter verschuldet. So, wir haben wirklich einen Namen geholt. Ja, so einen Namen ab. Was weiß ich. Sforza, das achte Mal, ja. Weil damals halt irgendwann mal gut, so, und dann halt irgendwann nicht mehr. Und da musst du halt wirklich aufpassen, also dass du da nicht mehr hingeguckst. Deswegen habe ich auch gesagt, mit Bedacht, wenn es ein Name ist, ja, dass du halt auch mal wieder vielleicht mehr ein Aushängeschild, so, auch irgendwo ins Marketing, klar, so jemand verkauft auch Trikots und so weiter und so fort. Aber es muss halt alles passen. Und nicht wie bei Hertha, ja, Champions League hier, den kaufen wir für 25 Millionen, obwohl er einen Marktwert von drei hat oder sowas. Hauptsache, wir holen jetzt irgendjemanden so nach dem Motto. Deswegen, also da musst du echt aufpassen. Also, Hertha ist das krankeste Beispiel, was ich glaube ich in den letzten Jahren gesehen habe, wie man es bitte nicht machen sollte. Aber ja, ich glaube, so wird es nicht mehr. Ich glaube, mit Hängen haben wir da wirklich jemanden, der bedachte Aktion tätigt. Es wird auch irgendwann mal ein Flop geben. Es geht nicht an. Uli Hoeneß, alle haben irgendwann mal daneben gegriffen. Es wird passieren, ja. Auch du und Thomas Schaaf und Klaus Allofsdarm damals bei Bremen, wo du gedacht hast, ey, da schlägt jeder ein, ein Tego. Es ist menschlich. Ja, das passiert. Es wird auch im FCK passieren. Auch wo du sagst, okay, wir haben viel Geld, in die Hand genommen, es passt nicht. Aber wie du sagst, bei der Herder war es ja normal, dass du wusstest, okay, der bringt nichts. Und da muss man auch mal fairerweise sagen, dass es zum Beispiel RB Leipzig besser macht einfach. Die haben nämlich auch unendlich viel Geld, aber die haben auch mal daneben gegriffen. Aber am Ende ist es halt einfach ein solider Bundesligist. Und die Herder hat 400 Millionen verbrannt. Und da ist ja nichts mehr da. Das war ja, wie du sagst, alles in Spieler gesteckt. Und kein Spieler hat irgendwie gezündet, außer vielleicht ein, zwei, Luke Barki oder so. Und am Ende bist du nicht nur sportlich am Abgrund, sondern hast irgendwie noch 40 Millionen Schulden und kriegst vielleicht keine Lizenz. Wie man das ganze Geld verprassen kann, das ist unfassbar. Ja, du hast halt auch irgendwo nicht jeder bei Herder, also da würde ich jetzt auch so ein Boateng oder sowas vielleicht mal rausnehmen, aber du hast oft Spieler wirklich nur für Geld gekauft. Ja. Du hast deine Nachwuchstalente, wie jetzt ein Toruna Riga, hast du vom Hof gejagt. Ein Martin Dardai, gut, bei seinem Vater spielt er immer, aber der sagt ja auch immer, er verdient sich das. Bei anderen hat er auch nicht gespielt. Du hast mit Lotka letztes Jahr eigentlich einen Soliden-Keeper gehasst, den hast du dann an Dortmund verloren, der spielt jetzt bei Dortmund 2 in der dritten Liga, muss man ganz verstehen. Und dann holst du halt so als das, wie einen Jovitic, wie irgendwie diesen Konga oder wie der heißt, so Spieler, wo 30-plus oder so sind, wo mal was sie geschafft haben. Ja, der war mal mit City Premier League-Sieger, ja, okay. Aber es ist ja nicht umsonst, dass er überall dann, sag ich mal, gescheitert ist in seiner Karriere. Und das war halt wirklich früher auch, Kaiserslautern at its best so ein bisschen. Ja. Und das hoffe ich wirklich, dass das einfach nicht mehr passiert. Aber ich denke, also ich bin da guter Dinge, dass wir da jetzt in den nächsten Jahren, ich glaube, wir jetzt mal auf meinen Holztisch in eine rosige Zukunft starten, einfach wirklich solide, Stück für Stück uns nach vorne kämpfen. Gutes Schlusswort, ja? Ich glaube auch, das haben wir jetzt echt gut gewählt. Ja. Ja. Dann ging es doch ein bisschen auch Absatz zum FCK, aber ey. Ey. Oh Gott. Alles. Es hat aber immer eine Verbindung zum FCK gehabt. Eben, ja. Ich glaube, daran liegt es auch. Nee, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir wieder eine coole Episode, leider auch mit Auswahl von letzter Woche, geschafft haben. auf jeden Fall cool, dass du wieder mit dabei warst und wie immer darfst du die Abmoderation machen. Was ich ja so gut kann. Dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube und dann Daumen drücken fürs letzte Saisonspiel, he? Ganz genau. Und Vorfreude auf die nächste Saison. Genau. Sowieso. Auf jeden Fall. Okay. Sehr gut. Alles klar. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.